Hallo, ich bin Thomas Kammerländer, amtierender Europameister im Naturbahnrodeln. Ich zeige jetzt ein paar Übungen, die mich zum besseren Rodeln machen. Das Sling-Training wird in unserem Trainingsprogramm gerne verwendet, da verschiedene Muskelgruppen angesprochen werden und die lernen oft miteinander zu kommunizieren. Vorneweg hilft es einmal zur Stabilisation und dann natürlich noch durch den Liegestütz, haben wir da eine Kraftaufbau. Als nächstes kommt die Seitstütze mit Rotation. Die hat zwei bestimmte Faktoren dabei in der Übung. Das ist zum einen die Stabilisation wieder, die beim Rodeln natürlich immer gefordert ist und zum anderen haben wir die Rotation, die wir an der Kurve haben. Das sind zwei Pröschenpunkte am Körper gerade halten und zum anderen in Balance halten. Der Spaßfakt erholt sich in Grenzen beim Krafttraining. Zum Abschluss machen wir ein vorgeböcktes Rudern in explosiver Ausführung, da das für den Startvorgang natürlich sehr wichtig ist. Ausführung. Ausführung in der Saare Ausführung in der Saare Was ist ein Schläger- und Gerichthymisch. Dad ist eine Unterricht- und Saare